Viele Jahre treffen wir uns jetzt schon beim Saal hier bei Werner und bei der Johanna, die uns an ihrem freien Mittwoch ihren Saal zur Verfügung stellen. Deshalb möchte ich gleich Werner und Johanna dafür recht herzlich danken. Schon wieder ist ein Jahr um, immer wenn wir hier sind, sagen meine Kolleginnen, guten Nachts, Joeser, schön Weihnachten und es ist wirklich so. Die Zeit rennt so schnell, wir merken das täglich. Unsere Kleinen haben sich nun vorbereitet, den Eltern, und ich sehe heute auch viele Großeltern, eine Freude zu bereiten. Ich möchte sie nicht so lange warten lassen. Wir haben es in diesem Jahr ein bisschen anders gehandhabt. Sie sehen selbst, der Saal ist heute voll. Die Jahre vorher waren die doppelte Anzahl hier. Das heißt also keine drei Gruppen wie heute, sondern sechs Gruppen. Es war für die Eltern, die ganz hinten standen, da war noch die Tür auf, die hörten zum Teil nichts und es war ein bisschen unruhig. So dass wir in diesem Jahr sagten, wir teilen sie. So dass es von der Menge her nicht so viel ist und ich denke auch etwas besser. Und auch besser für unsere Kleinen, die ja ganz hinten im Raum warten müssen, wissen bis sie drankommen. Und so ist die Zeit nicht ganz so lang wie im vorigen Jahr. Da werde ich jetzt die Bücher öffnen für unsere kleinen Künstler und wünsche viel Vergnügen. Der Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann, der führt uns heutzutage und tanzet an und alle Kinder groß und klein, die tanzen lustig hinter drei. Der Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann, der führt uns heutzutage und tanzet an und alle Kinder groß und klein, die flüssigen Weißrötchen, wann kommst du geschneit? Du wohnst in der Wolke, dein Weg ist so weit. Du wohnst in der Wolke, dein Weg ist so weit. Dann hauen wir den Schneemann und werfen den Wald. Der Winter ist durch den Wald gegangen, Eis-Sapsen-Hauter-Ausgang, Weihnachtsmann, das Glitzer-Teil, freust du dich aus dem Fuß? Ich? Nein! Warum nicht? Höre meine Geschichte, ich wohne unter der kleinen Fichte. Ist der Förster in den Wald gekommen? Hat mein Bäumchen mitgenommen? Nun fehlt mir mein warmes Winterhaus. Such dir eine andere Wohnung aus. Erst will ich sehen, was mein Bäumchen tut. Geht es Ihnen in der Stadt auch gut? Ich bin der glücklichste Baum der Welt. Erst wurde ich auf den Tisch gestellt, dann hat mich der Vater festgemacht. Die Mutter hat den Schmuck herbeigebracht, gleich werden die Kinder ans Mühen gehen. Bleibt mal weichen, das müsst ihr sehen. Ja, hätten die Kinder mich besser gestrickt, sonst wäre dein Bruder wohl nicht zu schlecht. Dann kommt die Nuss, die Weihnachtsmuss mit goldenen Schalen, willst sie strahlen. Und Baum im Friedlichen und Herd, du roter Apfel, gefällst mir sehr. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter? Du grünscht ihn nur zur Sommerzeit, denn auch im Winter, wenn es schneit. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter? Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christ in dem Ohr, eher die Tür. Jetzt fängt die Branche an. Ich wünsche mir von Weihnachtsmann einen Bunkle, mit dem ich meine Babys anziehen kann. Ich wünsche mir von Weihnachtsmann ein Pferd, mit dem ich reiten darf. Ich wünsche mir von Weihnachtsmann ein Pferd, mit dem ich reiten darf. Ich wünsche mir von Weihnachtsmann ein Pferd, mit dem ich reiten darf. Ich wünsche mir von Weihnachtsmann ein Pferd, mit dem ich reiten darf. Ich wünsche mir von Weihnachtsmann ein Pferd, mit dem ich reiten darf. Ich wünsche mir von Weihnachtsmann ein Pferd, mit dem ich reiten darf. Ich wünsche mir von Weihnachtsmann ein Pferd, mit dem ich reiten darf. Ich wünsche mir beim Weihnachten ein Buch, wo ich discreiten kann. Ich wünsche mir beim Weihnachten ein Bluesheim, wo ich��, wo ich problèmes kann. Ich wünsche mir beim Weihnachten einen Barker. Ich wünsche mir beim Weihnachten ein Dem, mit dem ich nurトuck. Ich wünsche mir beim Weihnachten ein Bomben von den ich fahren kann. All das und noch viel mehr wünschen wir uns so sehr. Doch weil man das alles nicht haben kann, gab es hier. Macht euch bereit, macht euch bereit. Jetzt kommt die Zeit, auch wie ihr euch freut. Bald schon ist Weihnacht, fröhliche Weihnacht. Macht euch bereit, macht euch bereit. Die Wettbe-Wettbe-Wettbeinmal sind die Wettbe-Wettbeinmal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und ich mach so mancher nicht eine riesengroße Fleckerei In der Weihnachtsfeckerei, in der Weihnachtsfeckerei Wo ist das Rezept geblieben von den Plätzchen, die wir lieben? Wer hat das Rezept verklebt? Und dann müssen wir es packen, einfach frei nach Schnauze packen Schmeiß den Ofen an und rein In der Weihnachtsfeckerei, in der Weihnachtsfeckerei Zwischen Mehl und Mehl macht mancher nicht eine riesengroße Fleckerei In der Weihnachtsfeckerei In der Weihnachtsfeckerei Raufen wir nicht Schokoladen, Pudding, Müsse und Suppaden Und ein bisschen Zimt, das stimmt Und dann Mehl und Milch verrühren Zwischen durch einmal probieren Und dann kommt das Eis Oh Mann In der Weihnachtsfeckerei Füßt manche Leckerei Zwischen Mehl und Milch macht mancher Milch Eine riesengroße Fleckerei In der Weihnachtsfeckerei In der Weihnachtsfeckerei Bitte mal zur Seite treten Bitte mal zur Seite treten Denn wir brauchen Platz zum Kneten Sind die Finger rein? Und dann sind die Pätschen, die Essenchen Erstmal auf den Ofen klicken Baucheln über Spann Und dann ist die ähnliche Kirche Und dann ist die Schokoladen Und dann ist die Schokoladen Acht, der Gefäng åben und Milch Und so aus dem Himmelsdorf sahen mit großen Augen das Christkind davor. Und wie ich so stolz durch den Finstertag, da hieß ich mit meiner Stimme an. Heu, bin ich, du alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell. Die Winternacht ist klar und kalt, Steg und Steg verschneit. Wir stapfen durch den Dusle Wald und wir sind heute noch weit. Wir wandern nun so manchen Tag und kommen von weit her. Dann sagt er nicht, ein Rückenkram ist voll von garm und spüren. Wo kriegst du was, das riecht einfach feiner. Muggel, sieh, was ist denn das? So komm doch schnell mal her. Ein Kuchen fährt jetzt, glaube ich, bald vielleicht so weichwein und für den Wald. Und dort, was liegt denn dort im Schnee? Ein dickes Kuchen, so viel ich sehe. Oh, das ist aber schön. So, das habe ich ja noch nie gesehen. Märchen-Buch, ein schweres Wort. Hier, ist es, wenn der Kanz, ich kann es lieber voll zu neuen Haus und tiefe Wald. Was ist denn da los? Hilfefug, Hilfefug. Ich bin Freiheit, ihr kennt mich doch. Ich schüttel die Bände in Not an Werbelin, Flocken, noch und noch und decken die Erde so. Klop, das ist alles im Sennraum. Komm, mir kommt zu Sennraum vor. Au. Großmutter, verschlüpftet der Bösewicht und dann am Ende auch noch mich. Der Jäger hat uns gemeldet, das hat mir von Herzen noch heulen. Beim Schlaf bin ich noch ganz befand. Gerade 100 Jahre ist es her, dass ich durch unsere Burg gegangen. Ich weiß, es lasst schon gar nicht mehr. Ich glaube, ich stieg den Turm empor und kam zu einer Tür weglein. Weil kein Regeln war, davor ging voller Neugier. Ich hielt ein altes Weibland, saß unspann. Was kann denn da gewesen sein? Ach, sehen, weil dies ab ist kann. Da starr ich mich und schlief recht ein. Und als ich heute aufgewacht war, da war ich so richtig erschreckt. Da hat ein Rind mich angelacht. Und mich auf die Wind schlafen, aber ich mich nach rechts und da fing um das Schloss ein. Und viele tausend Rosen waren da. Hörst du, wo sich fängt der schon an, wo sich schnell ins Schloss zurückkommt? Wie schön, dass ich kann bei euch sein. Ich wäre sonst ganz allein. Ich kann doch nicht heim auf Waderschloss. Stiefen oder Sohn ist gar zu groß. Sie wünschten sich doch meinen Tod. Dann lieb ich in dem Wald, die mag. Weilt uns immer weiter fort, bis ich fand euer Häuslein klein. Nut schnell und heizt den Ofen an, damit ich's so bekommen kann. Ach, die Welt ist wie wunderschön. Ich hab es gestern erst gesehen. Denkt nur, der Müller-Boschmann, Herr, der ist kein armer Teufel mehr, hat jetzt ein Schloss, Wald und Fels und obendrein auch noch viel Geld. Und was das Schönste ist? Miau! Die Prinzessin ist jetzt seine Frau. Nein. Ich sehe, dass viele unserer Einladungen gefolgt sind. Wir haben es in diesem Jahr etwas anders gehandhabt. Ich hab es vorhin schon anklingen lassen. Wir hatten schon vorige Woche eine Veranstaltung. Wir haben in diesem Jahr die sechs Gruppen geteilt. Also vorige Woche drei Gruppen und diese Woche drei Gruppen. Weil es sehr, sehr voll voriges Jahr war. Aber ich muss feststellen, es ist fast genauso voll. Ich freu mich auf jeden Fall. Ich bin das Rocket, Händler, Kugel und Wein, das ist die Üben-Weißen-Großmutter-Leine. Guten Tag, Rotkäppchen, lass mich ein Stück mit dir gehen. Willst du zur Großmutter? Ich kann ein Häuschen schon sehen. So zieh mal das. Wenn sie einen Kredit machen, das Gold und die Schätze der Hexe holen fort. Hexe. Oh ja, da kommen wir mehr mit. Sobald deine Kinder doch den Wald schon so fehlt. Der Weg zu den Weihnachtsmann ist ja so weit. Der Weg zu den Weihnachtsmann ist ja so weit. Die Nutzten kommen und helfen uns suchen, dann dort kommen Plätze Kuchenversuchern. So freut mich, dass ich erwacht. Das Spinnen an Rädchen hat Freude gemacht. Doch plötzlich wurde ich müde, müde und schlief wohl sehr lange. Ein Pfingst kam und küsste mich wach. Ach, wie schön, nun kann ich mit euch zum Weihnachtsmann gehen. Schaut her, ein goldener Schuh steckt in Schnee. Er passt leider nicht, der Fuß tut mir weh. Ich vermisse meinen goldenen Schuh, denn ich flüchtete im Prinzen-Innu. Da kam der Winter über Nacht, der Wald ist verhüllt mit der weißen Brache. Heute laufen wir alle zum Weihnachtsmann hin. diesesantasische Sennen-Innu. Ich war认 wenn ich reise, mal auf und mal ab. Sitze in Sachten und Leiden, sich auf die Erde hinab. hinab. Ich warte schon so lange auf meine Zwerge. Keiner ist zu sehen. Wir wollen doch mit den Märchenkindern zum Weihnachtsmann gehen. Das da hinten werden sie sein. Hallo Zwerge, kommt schnell ins warme Häuschen herein. Zwerge, das kann nur nichts sein. Doch kämen wir gerne ins Häuschen hinein. Zum Weihnachtsmann und seinen Helfern wollen wir gehen. Da im Schnee kann ich die Spuren sehen. Die Geschichte von Thor erzähle ich euch gern. Ich war bei Frau Heuer hoch oben in Wolkenhausen schüttelte fleißig die Betten auf. Die Schneeflöcken tanzten zur Erde hernieder. Den Winter und Weihnachten ist bald wieder. Die Kinder freunden sich so, es hatte schüttelig immer mehr und mehr. Doch plötzlich wurde ich traurig und wollte nach Haus. Doch beim Verhoffler ist bald auch nicht dran. Doch hört nur, was ich mit mir geschah. Als ich bei Frau Hulle oben in Wolkenhaus war. Als mich ein paar Grummen und ab dem Baum hinbei. Hörte noch lange ihr geschreien. Doch blieb ich nicht stehen und lieb zum Wolkenhausen. Bei Frau Hulle, da wurde ich nicht erst mal ab. Ich schickte mich halt wieder nach Haus. Mir war das Teich. Doch oben von dort, da kam der Götzende nur schwarzes Teich. Das war mein Lohn. Jetzt will ich nicht beten und satt auf den Weihnachtsmann, dass ich in Zukunft fleißig sein kann. Alle Märchenkinder, wann kann man da hin, wann kann man da hin, bis wir bei dem Weihnachtsmann angekommen sind. Ich suche meine Freunde, die Zwerge. Zwerge? Ja, die sind fleißig haben zu tun. Erst nach Weihnachten dürfen und dann ist das. Was ist das? Ich brauchst du gleich zur Ressage. Ich bin gleich in die Zwerge. 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 Boom! Boom! Für euch wart ihr Märchenland besuchen. Rotkäppchen 2 und vom Pfefferkuchenhaus besuchen. Liebe, gute Weihnachtsmann. Kloppe kräftig an die Sturm und ist auch ganz klar, jetzt bin ich da. Lieber Weihnachtsmann, komm nun bald, du weißt es ja, wie schwer ich weiden kann. Der Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann, den backen wir von Mandeln an. Oh, nehmen wir jetzt mit nach Haus, dann bald wird die Geschenke gebaut. Der Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann, den backen wir bei Mandeln an. Willkommen in unserer Zirkus-Show. Der Weihnachtsmann, der fängt in der Hauptgärtreffur. Willkommen in unserer Zirkus-Show. Willkommen in unserer Zirkus-Show. Willkommen in unserer Zirkus-Show. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kling, Glöckchen, klingelingeling. Kling, Glöckchen, kling. Lass mich ein, ihr Kinder. Ist so kalt, der Wind traf. Öffnet mir die Türen. Lass mich nicht erfrieren. Kling, Glöckchen, klingelingeling. Kling, Glöckchen, kling. Kling, Glöckchen, klingelingeling. Kling, Glöckchen, kling. Mädchen, Röck und Bübchen, macht mir auf das Stübchen. Bringt euch milde Wärmen. Sollt euch dran erlauben. Kling, Glöckchen, klingelingeling. Kling, Glöckchen, kling. Lass mich ein, ihr Kinder. 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 Lass mich ein, ihr Kinder.